Es war ein atemberaubender Flug. Es hat richtig Spaß gemacht. Du bist hier hautnah dabei, wirst hier mit dem Drink gefangen, geile Musik, geile Stimmung, mega. Ich hab überall einfach Känzer auf. Danke, dass ihr unser Festival upgraded! Der World Club Dome ist eines der größten Festivals Europas. Hierher zu kommen lohnt sich immer, aber zusammen mit der Deutschen Vermögensberatung wird das Festival noch krasser. Wir verlosen exklusive Festival-Upgrades wie Meet & Greets mit den DJs, exklusive Backstage-Touren und einen Helikopterflug übers ganze Gelände. Das sind einmal Maya und Alicia und ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass wir von der Deutschen Vermögensberatung euer Festival upgraden. Ich brauche von euch drei DJs, die hier auf dem World Club Dome auflegen. David Guetta Felix Yen Lost Frequencies Das waren schon drei! Wer ist der Hauptsponsor vom World Club Dome? Die Deutsche Vermögensberatung! Ich denke! Und die Deutsche Vermögensberatung stellt euch jetzt dieses Upgrade zum Festival bereit. Und zwar ein Helikopterrundflug über Frankfurt, über das Festival. In 30 Minuten geht's los. Ich hoffe, ihr freut euch! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Das war ein Atemberaubender Flug! Es hat richtig Spaß gemacht! Was war so euer Highlight, was man hier gesehen hat? Also ich muss sagen, von oben sieht die Stage und die Arena mega aus. Es ist ein Highlight im Leben, muss ich sagen. Unglaublich zu sehen, wie viele Menschen hier sind von oben aus der Luft. Das war echt der Hammer! Danke, Deutsche Vermögensberatung! Ich habe meine nächsten Gewinnspielteilnehmerinnen hier, die unbedingt wollen, dass wir das Festival noch reiner machen, als es eh schon ist. Gleich liegt hier gestört aber geil auf und wir verlosen ein Meet & Greet mit den Jungs. Dafür müsst ihr zwei Fragen beantworten. Wie viele Buchstaben hat der World Club Dome? Drei für WCD! Das gibt schon mal auf jeden Fall einen Sonderpunkt! Haben wir noch die richtige Antwort? Wer ist der Hauptsponsor für den World Club Dome? Easy Party! Sehr, sehr gut! Okay, herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, ihr freut euch! Wir treffen uns in 10 Minuten hinter der Bühne und dann kommt irgendwann gestört aber geil runter für ein exklusives Meet & Greet. Wir haben noch 120 Euro in jedem Gold! Wir haben noch 120 Euro in jedem Gold! Danke, dass ihr unser Festival aufbredet! Wir haben ein weiteres Gewinnspiel und dafür steht Bebba bei mir. Du musst zwei Fragen richtig beantworten und dann gewinnst du hier einen ganz exklusiven Gewinn, damit wir deinen Festivalbesuch hier upgraden. Bist du bereit? Ich bin bereit! Die erste Frage ist, es gibt verschiedene Editionen vom World Club Dome. Welche feiern wir hier an diesem Wochenende in Frankfurt? Ich glaube, es war Atlantis Edition. Richtig! Sehr, sehr gut! Wer ist der Hauptsponsor vom World Club Dome? Es ist, glaube ich, die Deutsche Vermögensberatung. Richtig! Und die Deutsche Vermögensberatung hat einen Steiger hier mitten in der Main Stage. Und auf den steigen wir gleich und dann können wir nochmal das Festival wirklich aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Ich hoffe, du freust dich. Das sieht wirklich mega, mega cool aus. Boah, ich hoffe, du hast keine Höhenangst hier! Es geht! Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen höher, aber es geht an den Gewinn. Aber wow, ich glaube, wir sind gleich ganz oben. Schau mal, wie krass das aussieht! Es ist so krass! Wirklich, ich habe überall einfach Hände aus! Stefan hier neben mir ist mein nächster potenzieller Gewinner für eine Backstage-Führung hier beim World Club Dome. Dafür musst du mir zwei Fragen richtig beantworten. Bist du bereit? Ja, bin ich. Wie viele DJs treten hier beim World Club Dome in Frankfurt an den drei Tagen auf? 250. Sehr gut! Wow! Welche sind deine Lieblings-DJs? Robin Schulz und David Guetta. Die zweite Frage ist, wer ist der Hauptsponsor hier beim World Club Dome? Deutsche Vermögensberatung. Sehr richtig! Und damit hast du gewonnen! Danke! Dieses Gefühl halt hautnah dabei zu sein, ist ja was ganz anderes. Ich habe schon fast Gänsehaut. Bist hier hautnah dabei, wirst zu dem Drink gefangen. Geile Musik, geile Stimmung, mega! Danke! 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 Danke, dass ihr unser Festival upgradeet habt! Das waren das für drei Tage! So viele Acts, so viele Bühnen, so viele Menschen, die hier mit uns gefeiert haben. Hinter mir findet in wenigen Minuten die große Closing-Zeremonie vom World Club Dome 2023 hier in Frankfurt statt. Und niemand Geringeres als David Guetta wird hier gleich nochmal auflegen. Wir lassen uns also gleich nochmal richtig krachen und bis zum nächsten Mal!